Du liegst im Bett. Es ist warm, du bist mit dicken Decken zugedeckt. Müde legst du das Buch zur Seite, denn es ist spät geworden. Gerade möchtest du deine Nachttischlampe löschen, als du im Augenwinkel siehst, dass sich gegenüber von dir, am Fußende deines Bettes, ein Punkt bewegt. Eine kleine Figur richtet sich auf und ruft, Hey, sieh mich an! Du reibst dir die Augen. Ist das gerade wirklich passiert? Es ist eine winzige Miniatur eines Frost-Dämonens, den du vor einigen Wochen aus einer Special Edition irgendeines Computerspiels gezogen hast. Die Dämonenfigur zieht sich mühsam an deiner Decke hoch, deren Falten wie gigantische Hügel für sie sein müssen. Du bist mehr irritiert, als dass du Angst hast. Langsam kommt der kleine Frost-Dämon vorwärts und müht sich ab, zu dir zu kommen. Aber es ist noch ein weiter Weg. Immer wieder stolpert die Miniatur und kullert die Falten deiner Wolldecke herunter. Hilf mir doch! Das ist wirklich nicht leicht! ruft die Figur. Untertitelung des ZDF, 2020 Verschall��weim.com Vielen Dank.